Ja hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play Battlefield Play for Free und wieder mit einem kleinen Waffentest. Diesmal dabei die P90. Heute früh im Deditur erworben, jetzt schon auf dem Teststuhl. Ja hallo und herzlich willkommen mit der P90. So und wir sind da besiegen und wir sind natürlich großartig. So und P90, zu den technischen Details komm ich jetzt. P90 hat einen Schaden von Mittel. Präzision, ähm hoch. Und jetzt baut das hier grad irgendwie rum, ich weiß nicht wieso, weshalb, wo ich das verdient habe. Und jetzt hat er hier die Scheiße. Den Takt hat er auch noch. Egal. Ja, P90 hat er Präzision hoch mit zu 50 Stück Kugeln, 50 Kugeln, ein Magazin und ihr habt das mal leider noch 2. Was ich etwas schade finde. Obwohl, naja, bei diesem Magazin kann man schon einige Fallen die Kille mit einem Mal, wenn man die Waffe etwas aufputzt. Ich, ähm, wiederhole da nur aufmatzen, also ohne aufmatzen. Ist das etwas grenzwertig, weil die Waffe ist schon, ähm, auf seine Weise ungewöhnlich. Die Reichweite eben so mittel und die Feuerrate schnell und feuerdomadisch. Ich sage da, die Waffe ist eine Mittelwaffe, die ihr immer mal nutzen könnt. Auf kurzen Stand, also, what the fuck is that? jetzt ist der Waffe. schluss. so... ... rEpjus. Ehm, ja, hier ballert es gerade irgendwie rum... P90 Lange Distanz so viele Leute dann sage ich Leute kriegt ihr nichts anständiges Kostet 17.000 durch ihn nur mal nicht manchen ohne alles wie wollt ihr euch darauf einlassen ich sag mal so die Frage ist, ob ihr dann was anständiges dafür kriegt. Also die P90 ist eine mittelmäßige Waffe und kostet sie eine 17.500. Und wenn man die dann nicht aufmotzt, ja, dann puh. Ich sag mal so, es sieht nicht bitter aus, aber gut ist es auch, wie ich hab gesagt, seine mittelmäßige Waffe. Ja, ihr könnt ja mal ein bisschen gucken, wie ich hier mit der Waffe spielen. Die RPG ist mein Westerbekleider überhaupt. Ich bin die so geil. Mein kleines süßes RPG. Und ja, hier zum Beispiel die da oben, die könnt ihr definitiv nicht nicht. Weil die Reichweite einfach nur minderwertig ist. Und wenn er so was machen möchte, die Feinde wegholen auf der Distanz. Der hat dann schon Probleme mit seiner P90. Und ich weiß nicht, ob das ist komisch. Ich wollte und die scheiß Waffe macht keine Damage! Ach doch, hat ne gekippt. Okay, gut. Entschuldigung, auch für meine kleine Auspassung, zwischendrin im Spiel. Aber ich hoffe, das ist verständlich. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt ja ein Waffe, um uns zu schauen, wenn es mit der P90 in dieses Gebäude da rein zu gehen. Oh ja, das ist ja im Moment, ähm, der gibt's denn dieses Ding hier, weil was anderes kann ich euch eigentlich nicht fehlen. Und das ist ein Ubel. Oder was ist denn? Und da kam die MP7! Ah, ich hätte mir gedacht, dass wir sie mal selber mitnehmen sollen, aber wir machen ja ein Waffentest für die P90. Da stört die MP7 leider noch. Wir geben uns mal zu C oder zu D. Die D ist mir ein bisschen heiß. Okay, fail. Alex, fail. Haha, fail. Dann noch. Wir sind Russen. Ach, scheiße, verdammte Kacke. Los, fahr, 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 fahr. Komm, fahr, fahr, fahr hier unten. Geht, wow. Oh, scheiße! Nicht offensiv, kill. Fahr, 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 fahr. Fahr, verdammte Scheiße, ey. Ich geh nicht in den Fluss. Kacke, die ne Lenkung, alter, die geht gar nicht. Das ist ja für... Ach, scheiße. Nein, egal. Nein, ich hasse Fassen. 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 Yes, okay. Ein eliminiert. Blödsfahrzeug zerstört. Das macht mich glücklich. Hier ist ein Densmitipack. Und unsere RPG. Großgeholen. Gezückt. Plaga oberte. Das kann gerade nicht glauben. Die Junge passt aber auf mich hier. Und das war die Fahrzeugabwehr. Nichts gegen die Fahrzeugabwehr. Trotzdem. Ähm, ist manchmal ein bisschen schlecht. Und gerade wenn man mit der G-53 unter... Kacke, die Feinde. Dann hast du natürlich Arschkabel mit der P90. Dann hast du richtig die Arschkabel. Wenn die jetzt hier kommen, kannst du so gut wie nichts machen. Du kannst ja höchstens... Du kannst ja nicht verteidigen. Du kannst nur warten bis die hier sind. Das ist ein scheiß... nerviger... Fuck! Kacke hier! Scheiße! Und darum mag ich die P90 nicht so. Einfach ewig lange warten muss, bis man draufhalten kann. Und ja... Das nervt einen auf eine gewisse Weise schon. Ich würde euch dann lieber die... ...ne bisschen teurer Waffe... ...ähm... ... empfehlen. Die dann halt ein bisschen... Wie sagt man? Hier, die gibst du auch in Pex... ...und da glaubst du... ...ne kleine... Na... ...nä... ...kann. Nee! Dann hab ich jetzt nicht mit einer RPG gekillt. Das kann jetzt ja nicht dein ganzes sein. Fuck Nih! Maa- Prozent ich 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 auch es gibt doch gar nicht herzlichen zieht so was glaubst du gar nicht scheinen ganz gern ausprobieren Spruchkracht-medietische Portion Drogen ich kann sie rein stürmen verziehen kacke alter die verziehen nach oben rechts da mal ein kleiner Tipp gut ist er nicht das ist aber nichts normal und danke es ist auch also hat b k Kuckuck der Karte ich bin die Waffe der Extremkacke irgendwie ist das minderwertig immer ohne Witz jetzt nein haben sie mir gekillt er ist er kann ich jetzt mit der Pistel rumlaufen Junge, den Ernst wo ist denn der Mixer? P90 raus holen ja, man kann sich übrigens auch schon wieder der wenn ich den Panzer holen lasse ich aus guck ich weiß nicht was können die das da noch mal zulassen das ist der kleine Panzer hier für Männerweiter die Spielchen der Gegner ähm, so, ich schenke mir keine Spielchen komm, Franzel, komm, komm, komm komm, komm, komm komm, komm, komm ach nö ja, das war's auch schon wieder zur P90 wie gesagt Kaufempfehlung naja, für Leute die ohne Geld spielen wollen es ist wirklich schwer mit dieser Waffe umzugehen ich finde sie sehr schwer umzugehen man muss wirklich was draufhauen damit man mehr Kontrolle und mehr Präzision drüber hat und das kostet dann wieder Geld und mit dem Geld kann man sich gleich ein Pack für 10.000 Pfund kosten wie gesagt, 10 Euro und ja tut mir leid, Leute dass es jetzt eine Enttäuschung für euch war äh, die DP90 gekauft haben ich find's extrem scheiße ok haut rein bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal